Servus. So, genau. Spritspond. Gut. Da ist der Karte noch fertig geworden. Der muss ich da umsetzen. So 83. Und dann wäre Beutenbrückner. So, wo bin ich denn jetzt? 73. Ich muss... ...und dann mal eine Feuerwehrstuf. ...und dann mal eine Feuerwehrstuf. Tomofanil, Top 10. Geht das? Machst du das? Ne, machst du das nicht. Das ist Renchi. Ähm... Ist das deppisch purisch? Ja. Ja, wenn du deppisch purisch hast, dann spinnt der Amor. Dann will der was nicht so richtig machen. Wenn du deppisch purisch hast, dann spinnt der Amor. Dann will der was nicht so richtig machen. ... 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 die steckst rein, das sollte eigentlich nie sein das ist auch das falsche furchtbar so ok so 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 how is this fudge so gut dann jetzt 283 noch 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 ich noch 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 Ich weiß nicht. Das ist mega, ups. Und los. gut so stop ja So, wir gehen jetzt wegen Hühner, aber ich habe noch nichts zu fressen für die. Bei dem Wasser kriege ich auch noch Geld hierher, also warten wir noch. So, was ist denn hier? Seine Maschinenkontäure mein. So, was ist denn hier? 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 Dann dreht schon. Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen Gewalt anwenden, dass wir hier rumkriegen. So. So. Ich denke, wir müssen es mal kurz stehen lassen. Wir haben hier das andere Teil. Okay. Unser kleines Meftelchen hier. Warte mal, ja. Ja. Das wird. Wir gehen immer noch hin. Es geht um Whca, wenn ich es Dancingnisse сделал, also rein? Ich würde. Also wäre wir eine Frage zu mit einem Hühner? Ok, ich würde. Ich muss nicht lang fahren sollen. Egal. Jetzt sieht es nicht so schnell. Ich höre... Genau. Und nochmal, das ist mir doch noch ein, nehm. Jetzt. So, Rotleimer, Aura Tekos für die Neune und die Acht. Irgendwie finde ich schwierig. Ich will heute nicht so weit raus suchen. Na gut, wäre jetzt wieder schlimm. So. 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 So, das ist Feld 8. So. 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 Gut. 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 See, ich schreibe nicht durch. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Das müsste eigentlich jetzt alles in Ordnung sein. So machen wir mal Rödengruppen hier. Ding machen wir das. So, halt Wodemann, stopp. Nein, falsch. Lass stehen. Ich brauche erst mal ein anderes Fahrzeug. Ich werde die Felder hier zusammenlegen. Die zwei Felder werde ich hier zusammenlegen. Und wenn ich da jetzt schon die Beuten drauf mache, fehlt das Stück gleich weiter. Gut, also brauchen wir den erstmal. Den. Dann kann ich gleich meinen tun. Und jetzt. Und dann kann ich Stehen mit dem Flugklein reingeschieben. Oh, was ist denn? So. Fels. Neun. Achso, das ist Ruhe eingeklappen. Also ganz wichtig. Das ist Ruhe eingeklappen. Jetzt bringt er die Beutengruppen mal nicht. Hälter stecke ich ja wieder. Das ist, weiß ich nicht, auf zwei Geräte. Zwei. 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 Okay. Zwei. 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 und 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 2 2 3 2 Warum tun Sie das nicht umbenennen? Müssen Sie mich das verarschen? Nehmen wir das 2 2 3 3 Ach hier gehts 3 Müssen Sie den Speck noch an den Punkt hier? Müssen Sie den Speck noch an den Punkt? So gehts ja 3 2 3 3 4 4 5 5 4 5 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 6 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 12 12 12 13 12 15 15 15 16 16 Vielen Dank. Vielen Dank. So, hat er schon mit Fliegen gebraucht? Vielen Dank. Sehr schön. Gut, dann könntest du jetzt mal... Den könnte man gleich noch mit einfangen. So, doppelsporisch bitte. So. 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 Oh, ich bin ja voll. Soll ich mal mal gucken, wo ich das verköpfen kann? Ach, Schnitzel. Uff, die größer ist der beste Preis jetzt hier, oder? Uh, uh, ne, das verkaufen wir jetzt nie, nie für den Preis, nie für 95. Okay, bis auf 243. Was haben wir jetzt? September? Äh, was ist nicht wundern? Nein, das müssen wir irgendwo einlagern. Ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, ob ich was zum einlagern habe. Ich habe ja alle Erippe gemacht, wie ich schätze, oder? Ich bin einlagern. Ich bin einlagern, aber es ist einlagern. In der Neue, wir haben alle Erippe. Und das ist eine Klangern, die wir hier drauf brauchen. Das ist eine Klangern, die wir hier drauf brauchen. Und das ist eine Klangern. Und dann eher von meinem zweiten Hohf. Warte mal, dass wir das irgendwie hier jetzt ja unterkriegen, weil das verkauf ich jetzt für diesen Preis nicht. Habe ich ja richten Verlust, wenn ich das jetzt verkaufen werde. So, na gut, ich werde trotzdem erstmal das Video beenden, weil das muss ja schon das Chaos hier aufräumen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschau.